Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Clash of Clans. Hier, das ist meine persönliche Angriffstruppe. Hier seht ihr 14 Mabaren, 11 Bogies, 11 Kobolde und 4 Riesen und 2 Mauerbrecher. Ja, und jetzt habe ich ein sehr großes Problem mit dem Elixier. Den Angriff darf ich jetzt nicht verkacken. Und ich muss viel Beute jetzt kriegen. Dann mal los. Hm, nee, noch nicht. Könnte... Ja, das könnte gut gehen. Erstmal lasse ich hier mal die Bahn laufen. Und dann nochmal zwei Barbaren. Ähm, Riesen. Mist. Die restlichen Kobolde einsetzen und das war's. Ja. 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 es ist so wie leute ab aussehen das aufnahmebuch von wenn die kämpfe schon ich hoffe ihr könnt mir verzeihen später hoffentlich habe ich genug elix für den für meine nächsten truppen wir sehen uns im nächsten video